Heu miteinander und herzlich willkommen zu Cobra Elf Highway Nights. Ich bin Google, in Fischda hab ich easy geregt und aufgegessen. Heut spiel ich das Spiel, weil ich kodis eh viel besser als der Fischda. Ha ha ha, viel Spaß mit der Folge. So schee das er wieder eig schaltet hen. Mir machet heut ganz viele kleine Missione, weil mir müsse Tiano M-Ben seine Undercover-Missione mache on die ganze Autos von der Lüchte besorger. Deswegen suche mir erst mal so on rote Pfeil auf der Kade. Und da fahre mir jetzt nur und hoffe mal, dass das ein Auto von der Lüchte ist. Das kann aber auch eine andere Mini-Mission sein. Mir gebe einfach mal Vollgas um Nitro, alter geht das ab. Oh, upsie, ach egal, mir fahre einfach weiter, hihihihi. Ah, da isch er ja show. Juhu, es isch echt einer von der Lüchte. Des läuft ja super. Och nö, der haut uns ab, des läuft ja nicht super. Mir krieger den nemme. Mischt er isch entkomma. Dann müsse mehr des normal probieren. Mir fahre einfach wieder dort nur unhoffert, dass wieder einer von der Lüchte kommt. Schade, keiner von der Lüchte. Aber egal, dann mach ja mehr halt die Verfolgung geschwind. Mir mach ja den 100% kaputt. Richtig hart crashen. Das macht auch richtig viel Spaß. Im Schneidermeer den Weg ab, haha, oder, Autsch, meine Räder sind abgefaller, och nö, alles kaputt. Jetzt müssen wir uns beeilen. Des war jetzt aber echt knapp, egal, mir Henong ja wieder Ei geholt. Und jetzt mach immer ihn richtig kaputt. So easy, get rekt, haha, 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 so mir probieren normal unser Glück mit dem Auto von der Autoschieberlüchte. Auweia, da isch aus Versehr, er bis explodiert. Egal, mir misset schnell weiter. Oh, es isch leider koi Auto von der Autoschieberlüchte. No, mache mehr halt schnell die Verfolgung mit der Pistole, des geht schneller. Peng, peng. Okay, neuer Versuch, probierer mehr's halt normal, irgendwann wird's showglaber. Ups, ein Crash. Ups, ups, Autschi, Bautchi, Upsi, Bupsi. Och nö, ein Wettlauf, egal, no mache mehr den Halt, aug schwind. Ach, isch ja gar net so weit, des gewinn ich ja locker, easy piecey, schniezy. Erster, haha, so ez. Dann probier mehr's jetzt mol mit ma Andrea Auto, vielleicht klappt's dann. Vollgas, Nitro, Speed, juhai. Ups, heidanei, wow, krass. Ich kann tanzen, wow, 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 wuff, wuff. So, jetzt zitt aber weiter, mir missa schnell die Straße entlang düsen. Da komme gleich zwei Autos vorbeigefahre, vielleicht isch ja eins davon von der Autoschieberliste. Oh, schade, schade, des Nett, des Andere vielleicht. Ja, tatsächlich, verfolger mehr den Porsche. Na, warte, ich krieg dich, du Noob. Bleib stehen, 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 bleib stehen. So, Delle, das war einfach, einfach, einfach. Rieb sie, Mio. So, jetzt beeile mehr uns und fahre schnell, und dann liefere mehr des Autos schnell am Hafer ab, bei denen Gangster Gangster Gangsteher. So, show, fertig. Auf ein neues, mir rasen, gschwind wieder rüber. Oh, es isch tatsächlich eins von den Autoschieberlichten Autos. Also los, denn fangen mehr schnell gschwind ein. Ich hab dich, ha, 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 ha. Jetzt ab zum Hafer und das Autoabgeber, bald hämmer alle von der blöder Mischtelechte. Uff, passe, mir dürfen kein Kratzer in das teure Auto neu mache, sonst sind die böse Gangster bitter, böse, 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 bitter, geschafft. Ohne Kratzer, kratz, kras, krasser, am krassesten, Google. Es fehlt jetzt bloß noch ein Auto, wenn mehr des jetzt auch noch finden, bin ich echt gut, da isch es ja schon, hahaha. Nichts leichter als das. Ein Satz für die Männer von Google 11, 12, 5, 7, 32, 8, ihre Lottofee Franziska Reichenbacher. Wir haben es geschafft. Jetzt bloß noch irgendwie hier querfällt ein zum Haferfinder, wenn's geht und auch wenn's net geht. Och nö, gecrashed und falsch gefahren, egal. Me schaffe des. Dann können er mehr die Lüchte abhaken und der Fisch da kann in der nächsten Folge wieder wie ein Noob die Fälle lösen. Der Noob, ich bin Google. Ich kann besser Cobra 11 spielen. So da haben wir's geschafft, juhu. Das war Spaß, liket diese tolle Folge, weil ich so krass bin. Danke fürs Zugucken, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.